Ok Wir müssen zurückkommen Ok 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 Das Ende ist Wahnsinn Das Ende ist Wahnsinn Möchtest du ein Foto? Jo Jo Das ist die Runde Du musst Himmel kusen Ich muss was? Das ist Wahnsinn Das ist Wahnsinn Alex Das ist für mich Das ist für mich Das ist Wahnsinn Das ist Wahnsinn Das ist Wahnsinn Ok Ich hoffe es ist nicht so kalt Theo, dein Hand muss sich für die Papier angreifen Das ist für mich Oh mein Gott Nein 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 Das ist Theo Wir haben nur gesagt Ciao Oh wow Aber Theo, du bist nicht da Das ist dein Fisch Mehr oder weniger Ok Mein Lautsprecher ist nicht so laut Oh Alex Theo, möchtest du etwas machen? Das ist ein Fisch Ich bräuchte alle diese Muskete in meinen Mund in meinen Mund gehen Also Wir müssen nicht gesprungen Ah, Mücke Dinge da Oh Au Ja, hier? Nein, nein, nein Da Oh, ein Stück Ja Ok Oh nein, ich will diese Mal, komm Wir müssen zurück Bitte Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf Hör auf hier Den Apfel Mann Apfel Es ist lustig Die Stücke die man sieht Warum? Normalerweise nicht die Stücke die man führt Deine Sonne oder Lava? Ah ja Wann Warum hast du dein Haar geschnitten? Hm Als ich die Universität abgeschlossen habe würde ich mich Es ist das Ende Das Ende des Haares Das Ende des Haares Aber vielleicht würde ich es wieder lang wachten Ich denke das sieht besser aus Mit Kürzer Haar Ja Ja, ich stimme dir zu Theo, du musst es ein bisschen weg Weil die liegt sehr viel Weg 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 von die Kamera Andererseits Okay Ja, Lars Es ist einfach Dann du komm Ok Ja, jetzt? Es ist schön. Das ist so schlimm. Bereit? Oh mein Gott! Sehr schlecht! Sehr schlecht, aber... Wow! Achtung! Ein Spinner ist ein Insekt. Aber das ist sehr schön! Ist ein Moskito in deinen Augen gegangen? Ja! Ist ein Moskito in deinen Augen gegangen? Das ist ein Moskito. Es gibt viele... Was macht ihr? Es ist ein Moskito. Es ist ein Moskito.